Der Europäische Gerichtshof ist gefragt worden, ob der bayerische Ministerpräsident Söder und andere Mitglieder seiner Regierung ins Gefängnis gehen müssen, weil sie EU-Recht nicht umgesetzt haben. Da ging es um die EU-Luftqualitätsrichtlinie und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das kommt darauf an. Da ist der entscheidende Punkt, wie denn das deutsche Recht ausgestaltet ist. Wenn das deutsche Recht grundrechtskonform ausgestaltet ist, dann ist eine Zwangshaft nicht nur zulässig, sondern tatsächlich geboten. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Niederhuber von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg und der Europäische Gerichtshof hat am 19.12.2019 diese brisante Sache entschieden. Hier steht eine NGO, nämlich diese Deutsche Umwelthilfe, heißen die, der bayerischen Staatsregierung gegenüber in einem Verfahren und der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dann dem Europäischen Gerichtshof Fragen vorgelegt. Warum geht es in der Sache? Es geht um die Luftqualitätsrichtlinie, die sagt, wir haben Qualitätsziele und da muss man dann halt Maßnahmen setzen und für bestimmte Luftschadstoffe gibt es auch Grenzwerte. Und in unserem Fall geht es um Stickoxide und in München sind die Stickoxidgrenzwerte überschritten. Und deswegen ist schon vor einiger Zeit Bayern verpflichtet worden, den Plan, den Luftqualitätsplan abzuändern. Und die Bayern haben gesagt, das machen wir aber nicht, wir sind zwar gerichtlich verpflichtet, wir machen es trotzdem nicht und haben dann Zwangsgelder bekommen und die haben sie dann einfach bezahlt. Ja, das war ja nicht so besonders hoch und jetzt fragt das Gericht sozusagen auf Veranlassung dieser NGO, na wenn die keine Zwangsgelder, wenn sie nur Zwangsgelder zahlen, aber die Maßnahme nicht umsetzen, dann müssen wir vielleicht zum letzten Mittel zur Zwangshaft greifen. Und die Frage ist jetzt an den Europäischen Gerichtshof, ist denn das überhaupt zulässig? Da gibt es noch die Besonderheit, dass es eigentlich nach deutschem Verfassungsrecht nicht zulässig wäre. Also die Frage ist, ist es aufgrund von EU-Recht geboten? Und der EuGH sagt, na ja, wenn so ein Urteil, so ein nationales Urteil ohne Folgen ist, also wirkungslos ist, wird einfach nicht umgesetzt, dann verstößt das ja schon mal gegen EU-Recht, weil es gibt das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, es gibt außerdem noch Artikel 6 Europäische Menschenrechtskonvention und die werden verletzt, wenn Urteile nicht umgesetzt werden. Aber, sagt er, es gibt auch den Artikel 52 der Grundrechtecharta und da geht es um den Schutz des Lebens. Ja, und da sagt er, da muss man jetzt eine Abwägung treffen, eine nationale Bestimmung kann natürlich zu einer Freiheitsbeschränkung führen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind. Sie muss hinreichend zugänglich sein, sie muss präzise sein, vorhersehbar und wie Kür muss vermieden werden. Und deswegen sagt der EuGH, liebe Deutsche, ihr müsst euer nationales Recht prüfen, ob es diesen vier Kriterien entspricht. Wenn es den vier Kriterien entspricht, dann ist zwangshaft geboten. Wenn es den vier Kriterien nicht entspricht, dann geht die Zwangshaft nicht, dann greift möglicherweise Staatshaft und das kann auch für Deutschland teuer werden. Für uns in Österreich ist es natürlich auch spannend, weil ähnliche Konstellationen haben wir auch hier und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz kennt ebenfalls die Zwangsstrafe und die Zwangshaft. Und auch hier in Österreich wird dann die Frage zu beantworten sein, ob das auch gegenüber einer Körperschaft öffentlichen Rechts, ob das auch gegenüber einem Politiker zulässig wäre oder nicht. Weitere Zwangshaft Weitere Zwangshaft Wione